Ich bin Jessi von Myla, ich bin hier bei Yagaloo und jetzt machen wir A bis Z. Los geht's mit A. A steht für mich für Alkohol, den trinke ich nämlich überhaupt nicht, weil es überhaupt nicht schmeckt und doof ist. B steht für mich für Bon Jovi, denn mit Bon Jovi bin ich groß geworden und ich bin immer noch ein Fan. C steht für mich für CD und ich bin ganz stolz, dass wir jetzt unser erstes Album, eine CD, haben. D steht für mich für Dummheit, die findet man überall auf der ganzen Welt immer wieder und zu viel. E, da denke ich an einen Esel, ich komme gerade frisch aus Griechenland aus dem Urlaub und ich stehe so auf Esel und war da wieder ganz doll auf Esel suche. F, da denke ich an Faulheit, ich mag keine faulen Menschen, nur fleißige. G, da fängt die Band Goodall zum Beispiel an, die finde ich nämlich auch ganz, ganz toll. H, da denke ich an den Hund, ich mag Hunde ganz super gern, das sind meine Lieblingstiere. I, das steht für mich für Internet und das Internet bestimmt ja jetzt eigentlich viel zu viel unser Leben, aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig. J, der Anfangsbuchstabe meines Namens, Jessie bzw. Jessica, aber Jessica nennt man mich eigentlich bloß, wenn man mich nicht kennt, also bleiben wir lieber bei Jessie. K steht zum Beispiel für Klavier, sowas habe ich auch mal gelernt und ich wünschte, ich hätte wieder mehr Zeit mal zu üben. L, hm, was könnte man jetzt zum L sagen, ist auf jeden Fall nicht so hübscher Buchstabe, ich mag irgendwie L nicht, sieht immer doof aus, als Autokennzeichen oder sowas. M, na, M, Mensch, das große M ist nicht McDonalds, sondern Mylar. Mylar bestimmt voll und ganz mein Leben, es gibt keinen Tag, wo es nicht irgendwas für Mylar zu tun gibt und insofern kann man eigentlich auch sagen, Jessie ist gleich Mylar. N, N wie Nordpol, hört sich jetzt an wie Glücksrad, aber eigentlich stehe ich gar nicht auf dem Nordpol, ich stehe auf Sommer, Sonne, Strand und Meer, wenn es schön warm ist, jetzt im Sommer. Das finde ich toll. Oktoberfest, wir haben nämlich vor kurzem in München auf der Theresienwiese gespielt und dort findet immer das Oktoberfest statt, da waren wir ganz stolz, dass wir da mal spielen konnten. P, für Psychologie, neuerdings interessiere ich mich ganz schön stark für Psychologie und ich lese sogar Bücher über dieses ganze Zeugs von Richard David Precht zum Beispiel, weil das versteht man auch als normaler Mensch. Ähm, Q, Q, wie Qualle. Ich habe, damals als ich klein war in Tunesien, waren so viele Quallen im Wasser und deswegen hasse ich jetzt Quallen, weil das war immer schmerzhaft. R, Rockset, fällt mir da ein. Die Band, der ich eigentlich zu verdanken habe, dass ich Musik mache, weil mit denen bin ich besonders groß geworden und hätte es Marie von Rockset nicht gegeben, hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, unbedingt Sängerin werden zu wollen. S, wie Salsa. Neuerdings tanze ich ganz gern Salsa, weil wenn ich diese Musik höre, dann kriege ich immer so dieses Urlaub, Sommerfeeling und darauf stehe ich ja total. T, der Buchstabe für meinen Hund Tommy. Der ist leider schon gestorben, aber den fand ich ja sowas von toll und ich bin so hin und weg von diesem Hund nach wie vor. Ich sag ja, ich bin Hundefan und Tommy spielte eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Songwriting, nämlich die Spaziergänge mit ihm waren immer total wichtig. U, das U steht für mich für Urlaub. Das mache ich am allerliebsten, wenn ich nicht gerade mit Mailad beschäftigt bin. V, Video. Schaut unbedingt unser Video zu Ich liebe mich an. Da hat Bernhard Hohecker mitgespielt und der Videodreh hat total viel Spaß gemacht. Deswegen ist Video ein ganz wichtiges Wort. W, wie Wetter. Das Wetter lässt ja hier oft Wünschen übrig in Deutschland, aber jetzt haben wir Sommer und da freue ich mich total drauf. Aber egal wie das Wetter ist, man muss sich immer selbst positive Gedanken machen. X, wie Xbox. Als wir das Album aufgenommen haben, da musste ich ganz oft mal mit den Jungen schimpfen, dass die mal ihre Xbox in Ruhe lassen und weiter arbeiten kommen. Deswegen ist Xbox jetzt für mich so ein Unwort. Y, wie Jagalu. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute hier bei Jagalu zu Gast sein kann. Z, wie Zigarette. Neben dem Alkohol vermeide ich auch Zigaretten, weil das mag ich auch überhaupt nicht.